Der liegt immer noch ganz gemütlich und wir machen uns ganz gemütlich weiter auf den Weg zu Dr. Kempten. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light. Hier sollen wieder ein paar spezielle Typen auf uns warten. Wurde uns schon gewissermaßen versprochen und der geht erstmal hoch. Super, er hat auch noch Lärm gemacht, aber ich glaube hier drin ist das mit dem Lärm gar nicht mal so schlimm. Oh oh. Hier ist ja noch irgendwo einer. Ach, da hinten. Das sind, die sehen noch gar nicht wirklich lange infiziert aus. Schaut mal. Der da hinten schon eher, aber der hier vorne nicht wirklich. Naja, also ich bin mal gespannt wie Dr. Kempten so aussieht. Bisher haben wir ja bloß seine Stimme gehört. Ist er auch schon gezeichnet von diesem Virus hier? Hat er vielleicht irgendwie ein spezielles Erlebnis gemacht? Weil Troy hat ja Verbrennungen im Gesicht, nehme ich mal an. Und vielleicht hat er sich ja einfach für jemanden eingesetzt und musste das dann letztendlich in Kauf nehmen. Aber hat dafür eben ein Menschenleben gerettet. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Werden wir ja bestimmt gleich herausfinden. Vielleicht sitzt der Dr. Kempten auch im Rollstuhl. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ist wieder bloß meine Vermutung. Aber das wäre auch mal ein besonderer Umstand. Hier in der Zombie-Apokalypse im Rollstuhl. Wenn es jetzt wirklich so kommen sollte, denke ich mir, ah, habe ich doch gesagt. Aber ich glaube jetzt endlich doch nicht wirklich daran. Aber ich lasse es einfach mal so stehen. Ich stelle ja gerne mal ein paar Vermutungen in den Raum. Hier müssen wir wieder hoch. Und mal schauen, ob die dann letztendlich eintreten oder eben nicht. So, Büroräume haben wir jetzt hinter uns. Und wir sollen... Lagerbereich, okay. Hier geht es schon mal nicht lang. Ist hier irgendwer? Hier ist doch wohl der Rammer, oder? Ach, der ist immer noch da hinten. Okay, wir sehen es bloß hier oben. Der ist immer noch da hinten. Aber wir sind jetzt hier hochgekommen und können eben einen anderen Weg... Da knabbert jemand. Ich dachte, da geht wieder jemand hoch. Ach, der hat sich noch bewegt. Und hier soll ich jetzt rüber. Ist ja sehr auffällig. Unauffällig mit dieser Lampe da gemacht, dass wir da nicht weitergehen dürfen. Oh. Ja, hier ist irgendwas umgefallen. Äh. Da will ich nicht rein. Die stört das nicht weiter, oder wie? Also die Zombies, die draußen sind und die eben in diesen Mist laufen, die vergammeln ja wirklich. Wir können uns hier nicht aufrichten. Ich bin immer noch in der Hocke. Wir müssen von Regal zu Regal springen. Aber die stört das nicht wirklich. Haben die Schutzschuhe an. Tja, und jetzt? Müssen wir doch mal kurz da reinlatschen? Oder ist das gar nicht so gefährlich? Aber das Grün, das ist gefährlich. Erst mal kommt ihr weg. Kann ich jetzt leider nicht zertreten. Ansonsten würde ich das natürlich gerne machen. Mist. Also an den Schuhen kann es nicht liegen. Warum die hier überleben? Die ohne Schutzanzug. Weil der hat sich gerade mit der vollen Breitseite hier in den Schmodder gelegt. Das kann es also nicht sein. Ja, wo kann ich denn rüber? Soll ich doch mal kurz irgendwo reinspringen? Oder ich springe da auf das Fass. Aua. Leider habe ich es nicht getroffen. Aber hier drüben sieht es ja ganz in Ordnung aus. Oh, ein Mobiltelefon als elektrisches Bauteil. Nein. Ich will den nicht hochgehen. Warum bin ich gebraucht? Ach, da kommt noch einer an. Ja, nicht zu gebrauchen, ist mir schon klar. Ich wechsle erst mal, bevor ich repariere. Lass das. Ach, der ist schon hinüber. Dann. Bein ab. Unsere gute alte Jagdmachete hat ja eben noch zwei Reparaturslots. Und eben vielleicht auch noch mehr. Oh Gott, oh Gott. Das wird sich eben noch herausstellen. Also, es ist ja schon ein beschwerlicher Weg zu Dr. Kempten. Und Raiis Leute waren wohl gerade auf dem Weg. Ja, super. Können wir das kaputt machen? Sieht das so aus? Ja, es würde so aussehen, dass man da langkommt. Aber. Hm. Müssen wir noch was umpolen? Ne, die Tür klemmt ja einfach nur. Also, hinter uns ist der Wegpunkt. Aber ich schaue mal mit, ob ich irgendwo was entdecke. Da hinten. Ach, bestimmt hinter der Wand irgendwas, oder? Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir ins Regal klettern müssen und da irgendwo durch. Höher komme ich auch gar nicht. Ne. Aufgepasst, nicht in den Mister springen. Hier, ist was verdeckt. Können wir den wegfahren? Aha. Ja, hat gar nicht so lange gedauert. War ich doch recht aufmerksam. Wer wartet diesmal hinten auf uns? Der Rammer, der wird bestimmt noch irgendwie rauskommen. Den haben die da nicht zum Spaß hingesetzt. Die hätten da ein paar normale Zombies hingesetzt, aber nicht den Rammer. Na toll. Einer mit Bimbos ist schon da. Und kommen da noch welche? Wir können ja die Gasflaschen mal benutzen. Hä, hinkt da was von der Decke? Ah, das war bloß das Rohr. Du kommst mal mit. Aber hier scheint bloß der zu sein. Wieso komme ich hier nicht rüber? Dann lege ich das mal dahin. Den werde ich mit der schweren Waffe erledigen. Oh, da könnt ihr das ja selbst schaffen. Ja, wunderbar. Dankeschön. Ach, der denkt mit. Das mag ich doch, wenn Leute einfach mitdenken. Komisch. Mit der Flasche konnten wir nicht rüber. Aber ohne war das kein Problem. Der ist direkt hinüber. Super. Muss ich das Katana gar nicht weiter verschwenden? Dachte ich mir schon, weil du hast schon gegrunzt. Ah, nee, das war der andere. Wovor hier eigentlich irgendwas los war. Oh, halt. Na wohl. Machen wir mal ein kleines Feuerwerk. Hier kommen mir eh keine schweren Zombies an. Es sah doch schön aus. Ah, hier noch einer. Hallo. Und drauf treten. Noch einer? Oder war das der andere, der noch verlebt hat? Oh Gott, jetzt nicht. Na, aufgepasst. Immer schön darauf achten, was das Spiel hier für akustische Signale abgibt. Und weiter. Greift uns jetzt jemand? Nee. Ach so, andere Seite. Aber da haben wir schon mal aufgemacht, falls wir da langen müssen. Aber war das jetzt gut oder nicht gut? Ach, der auch noch. Weil am Ende... Am Ende lassen wir dadurch jetzt ein paar Zombies rein. Lebt der immer noch? Nee, der hat bloß nochmal gegrunzt, schätze ich mal, oder? Ja. Dietrich und Schnur nehme ich noch mit. Äh, Kaffee? Weiß gar nicht. So, wir müssen weiter. Aber wo? Da ist nix. Da hätten wir was zum Plündern hin. Die Ladung bitte nach oben diesmal. Ne Tasche, die können wir noch mitnehmen. Na, erstmal den hier. Ach, Inventar ist voll. Na dann. Ich glaube, vorhin, wo wir auch hier in das Gebäude reingekommen sind, sind wir jetzt auf der anderen Seite von dem Rammer. Musste ich mich auch ducken. Aber ich war, glaube ich, in einer blöden Position, weswegen ich da nicht durch bin. Und ich bin dann eben durchgerutscht. Ja, da hinten... Ja, dachte ich mir schon. Oh, und? Ach, ich habe schon den Molotow in der Hand gehabt. Das ist für euch. Und wir lassen die einfach erstmal etwas brennen. Komm, du... Ah, die Schutzanzüge machen denen da nichts aus, oder? Dann vielleicht so? Och, nee. Die beiden, die brennen könnten, die stehen genau nicht im Feuer. Mann. Lass das. Finger weg. Also, die im Anzug sind da auch nochmal vorgefeit, dass wir denen die Beine abhacken können. Bei dem hier... Oh, gut, da geht der Kopf und der Arm. Ne, die Hand ab. Wie bei Raiz. Bloß da muss der Kopf noch ab... Wieso ist hier irgendwas zum... anekeln? Schmeißt der was? Nee, der rammt uns. Ich wollte schon sagen. Er hat wieder gegrunzt, aber da war ich gerade noch in der Animation. Na gut, nochmal. Was hier so weit zurück? Ach, nö, oder? Also, das erste Mal, dass der Speicherpunkt nicht wirklich günstig war. Büroräume, da ging es doch irgendwo hoch. Obwohl, das hier ist kein Büroraum. Das ist hier ein Forschungslabor. Ach, Mann. Ne, 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 ne. Hier konnten wir noch nichts machen. Äh, Orientierung. Wo waren wir da? Okay. Hier ist auch schon alles geplündert. Ne, ach. Der gleiche Raum nochmal. Okay, wo geht's lang? Da ist die Markierung. Dann gehe ich einfach mal der hinterher. Ja, schon alles geplündert. Und auch schon alles umgebracht. Da. Da liegt der Kopierer sogar ganz günstig. Obwohl, ist immer noch das gleiche Missionsziel. Hätten wir jetzt hier gar nicht lang gemacht. Obwohl, ne. Wir müssen hier hinterher. Hier sind ja wieder die Typen hinter dem Tor. Da sind wir schon richtig. Ja, Crane. So anstrengend ist es doch gar nicht. Hier ist wieder die Lampe. Wo wir einfach nicht dran vorbei können. Und hier unten stehen die Schlimmen. Da hinter dem blauen Rohr müsste der sein. Ja, da ist er, der Rammer. Oh, ne. Hier auch nochmal. Vielleicht diesmal ohne sich anzuätzen. Ne, da geht's nicht lang. Ah, diesmal hat's funktioniert. Gut. Hier haben wir ja auch schon aufgemacht. War das also doch richtig, dass ich da aufgemacht habe? Ansonsten hätten wir hier nochmal lang gemusst. Ja, Speicherpunkt war jetzt etwas zu weit weg. Also wurde er uns hingesetzt. Aber es war nicht weiter schlimm. Und es sind ein paar Typen weniger. So, jetzt dreht er sich um. Deswegen drehe ich mich auch erstmal um. Lass uns. Ach, hier ist noch einer. Ne. Lick da. Ha, 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 ha. Ne, er ist noch nicht erschöpft. Deswegen weiter. Aber ich glaube, hier drin scheint er nichts werfen zu können. Deswegen rammt er bloß. Hier ist kein Zombie. Ist er jetzt erschöpft? Nein. Jetzt vielleicht? Ne. Jetzt. Ja. Also Schutz. Äh, da ist schon wieder da. Voll bei der Sache. Versteck mich mal hier hinter. Hallo. Ach, der knabbert wieder zwischenzeitlich. Hätte ich vielleicht das Genick brechen können, aber muss auch mal so gehen. So, der jagt vielleicht beide hoch oder alle drei. Ja, also den anderen Kleinen hat er erwischt. Aber der hier brennt auch. Nein. Aua, ha. Lass uns doch. Wir wollen dich doch bloß umbringen. Frechheit. Ne, er lebt immer noch. Ich dachte, der wäre weg. Na, das war blöd. Habe ich mich genau neben die Fässer gestellt und jetzt kommen wir um. Oder auch nicht. Jetzt stirbt doch mal. Ja, es hat gespratzt. Jetzt aber endgültig. Okay, dann nur noch in hier. Und eben nicht nochmal drauf gehen. Na, das hat nicht gereicht. Schade. Okay, da stelle ich mich das nächste Mal direkt an die Seite. Und springe zur anderen. Also so hier. So, komm nochmal. Na, habt ihr das gesehen? Der hat vorher noch die Spur gewechselt. Das ist ja fies. Oh Mist, jetzt war der erschöpft und wir haben es nicht ausnutzen können. Versuche ich es mal so. Erstmal den Helm ab. Damit wir ihm auf den Kopf schießen können. Warum eigentlich immer mit Nahkampfwaffen? Gute Frage. Ich werde einfach mal eine andere Taktik fahren. Jetzt ist er wieder erschöpft. Auf den Arm schießen. Jetzt auf den Kopf. Und das war's. Ja, das nächste Mal setze ich einfach mehr Munition ein bei den dicken Viechern. Oh, was hat der denn dabei? Ja, es überdeckt sich. Irgendwas Lilanes. Hm. 405 Schadenspunkte. Aber ich kann es nicht nehmen. Geh mal bitte weg. Ach, hier ist zu viel auf einmal. Also ich tarn mich erst mal. Um da einfach ein paar Einblendungen wegzubekommen. Ach, das Inventar ist voll. Jetzt sehe ich das erst. Es war gar nicht überdeckt. Oh. Schwere Doppelkling-Axt. Aber zweihändig. Äh, zweihändig glaube ich. 440 wilde Spitzhacke. Ja, Mensch. Die Pistole behalte ich erst mal. Ich gebe das Teil hier weg. Und nehme hier was mit. Durchsucht haben wir ihn auch gleich. Das war, glaube ich, das. Hier sind wir ja durchgekommen. Hier können wir noch schnell was mitnehmen. Einmal Batterie. Ah, die Sicht wäre jetzt schön, wenn wir eine normale hätten. Da sind die Generatoren. Mehr Strom. Hoffentlich ist hier keine Giftplörer. Zumindest sehe ich es nicht. So, der ist an. Oh. Hoffentlich geht das Ding jetzt nicht hoch. Reicht das hier, wenn wir zwei anmachen? Oder müssen wir den anderen? Bote Arbeit. So, gehen Sie zurück zur Dekontaminierungskammer. Wissen Sie, selbst wenn die Evakuierung nicht fehlgeschlagen wäre, hätte Zero Haran nicht verlassen. Ihr und der Agent waren entschlossen, den Überlebenden zu helfen. Na, genauso wie wir mittlerweile. Den Überlebenden zu helfen. Nachdem wir ja anfangs für den Jerry gearbeitet haben. Und der eben nicht so ganz koscher ist. Jetzt können wir da rein, wo die schon gewartet haben. Wo wir schon zweimal rein wollen. Ich dachte, das wäre so ein Explodier-Hans, aber nein. Na? Kommen die jetzt um? Oh. Die zerlegt es richtig. Ich denke immer, hier ist einer, der explodiert neben uns, weil diese komischen Spratzgeräusche aufkommen. So. Darf ich jetzt mal rein? Da hinten geht auf und hier auf. Die nehme ich noch schnell mit. Geht ja an sich ganz fix. Haben wir eigentlich schon die Fertigkeit, dass wir schneller durchplündern können? Weiß ich jetzt gar nicht. Durchplündern. Plündern würde er reichen. Und Alkohol. Wunderbar. Hier gibt es noch was. Alkohol? Leider nicht. Dann weiter. Da war nichts mehr. Hier scheint es wohl sicher zu sein, oder wie? Ja. Cutscene. Und? Hallo. Dr. Camden. Versteckt er sich wo? Ne, da ist er. Nicht im Räustuhl. Servus. Und was sagst du? Crane, jetzt nicht unanständig werden und irgendwas rausholen, ja? Wird es jetzt gekühlt oder erhützt? Erhützt. Alles klar. Das schalten wir ein. Wird ein bisschen dauern. So. Was sagten Sie, wollen Sie von mir? Hey. Das ist er. Das ist der GRE-Agent, von dem ich sprach. Wie war gleich sein Name? Amir. Ja, genau. Amir Goreshi. Wie kommen Sie denn an sein Foto? Wir hatten eine gemeinsame Freundin. Die Proben sind noch brauchbar. Sehr gut. Mit ein bisschen Glück ist Ihr Besuch hier nicht umsonst gewesen. Apropos, wo sind die restlichen Daten? Zira hatte doch zwei Pakete vorbereitet, oder? Ja, äh. Wissen wir mittlerweile leider auch. Und danke. Ich melde mich. Okay, wir haben die Probe abgegeben und haben 15.000 Erfahrungspunkte bekommen. Und hier ist jetzt auch schönes Licht. Kommen wir jetzt hier ganz einfach raus. Wir kontaktieren erstmal wieder den GRE. Und die blöde Tante, die uns letztens ja auch das erste Mal mit dem Vornamen genannt hat, weil sie eben was von uns wollte, die werden wir jetzt wohl wieder anrufen. So, ich muss hier mal raus. Müssen wir wieder durch den Fahrstuhl? Eigentlich ja. Weil das hier ist ein separates Level und das muss ja wieder entladen werden. Und die normale Spielwelt eben geladen werden. Aber erstmal wird uns Crain was vorlesen. Ich habe Camden getroffen. Er hat Zeras Gewebeproben untersucht und meinte, die Chancen für ein Heilmittel stünden gut. Vorausgesetzt, er bekommt Zugang zu den verbleibenden Daten. Daten, die Raiis in seinen dreckigen Fingern hat. Da ich nicht weiß, wo Raiis sich versteckt hält, ist es an der Zeit, meine Freunde vom GRE um einen Gefallen zu bitten. Um einen Gefallen bitten, sollen die uns sagen, wo Raiis ist. Er konnte ja herausfinden, wo wir sind, als wir eben das Funknetz hier verbessert haben. Dann konnte er eben auch herausfinden, wo wir uns mit Jade treffen wollten. Letztendlich waren wir auch dafür schuld, dass Jade umgekommen sind, weil wir... Bessere Kommunikation war ja unabdingbar. Das gilt es auf jeden Fall herauszufinden. Und erstmal muss ich hier aufräumen, ganz klar. Schade, Kopftreten ging da nicht. Das geht bloß um Stehen. Äh, ich will wieder rein, Leute, das ist ein Schlimmer. Zwei, oder? Ja toll, wie kommen wir jetzt hier raus? Ist da ein Albtraum in der Nähe? Aber die können uns nicht treffen. Ja, da ist ein Albtraum. Und er schlägt die alle nieder. Ah, er guckt rein. Also wenn ich das Bein abhacken würde, dann könnten die doch hier reinkriechen. Aber an sich kommt die ja nicht rein. Super, müssen wir jetzt warten, bis die Nacht vorbei ist. Oder wir bringen die einfach mal alle um. Inklusive zwei Albträume. Schaut mal, was jetzt hier los ist. Hm, bloß habe ich gar nicht mehr so viel Munition. Also zwei Schuss könnt ihr auf jeden Fall abhalten. Wie ist der hier reingekommen? Der hat sich hier reingebackt, dieser Schlingel. Nein. Haust du ab? Äh, ich muss mich mal heilen. Scheiße, wie ist der hier reingekommen? Ey, das gibt's doch nicht. Nein. Ach, da können die auch noch drüber springen. Äh. Das kann jetzt was werden. Ob wir das überleben? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall kostet's wieder eine Menge Mad-Kids. Na. Boah. Wie hat der uns noch erwischt? Stimmt doch mal. Ich heil mich mal kurz wieder. Na, jetzt kommt er wieder rum. Na. Scheiße, hat der sich hier reingepackt, ey. Ist er Hund? Finger weg. Ja, das Problem ist, ich habe gar nicht mehr so viel. Von unserem Sturmgewehr übrig. Deswegen Nahkampf mit der stärksten Waffe, die wir haben. Komm schon. Ja, wunderbar. Puh, das Problem ist bloß, wie kommen wir da jetzt raus? Die stehen vor der Tür und die können sich hier reinbacken. Und einen zweiten überleben wir vielleicht gar nicht. Ah, die hauen gerade ab. Die haben die Lust verloren. Aber da stehen so viele herum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich werde die Folge erstmal beenden. Ob ich die Nacht... Wie spät haben wir es denn? Ah Mist, erst kurz nach 0 Uhr. Ob ich die einfach hier aushaare, weiß ich noch nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und dann überleben wir weiter. Und bis dahin. Macht's gut. Neue Wendigkeitsstufe. Und ciao, tschüss. Und bis dahin.